Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 62.400 US-Dollar. Wir haben unseren Dump endlich bekommen und damit wurde auch unsere Position abgeholt. Wir haben gestern darüber gesprochen, die 64.000 US-Dollar bis knapp 65.000 US-Dollar. Das ist so unsere Zone für einen potenziellen Short und wir sind eigentlich perfekt hier oben reingekommen. Wir haben die Liquidität über dem Golden Pocket abgegrast. Wir sind sogar hier oben nochmal in die 1-Stunden-Supply-Zone rein und dann ging es nach unten. Insgesamt, wenn man jetzt vom Entry reingeht von 64.200 US-Dollar, sind wir in der Spitze um 3,27% gefallen. Jetzt sind es noch knapp 2,8%. Ob wir jetzt weiter nach unten hinfallen werden oder was wir jetzt mit unserer Position da machen werden, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Wir gucken, was so der Gesamtmarkt auf jeden Fall noch macht, was es so möglicherweise noch für potenzielle Trade-Möglichkeiten gibt für uns. Und ja, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr alles, was wir hier besprechen, auch noch nachtraden wollt, beziehungsweise generell auch Spot kaufen wollt, könnt ihr das gerne bei meinem Partner BingX machen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es wieder ordentlich Boni und ihr unterstützt mich damit leicht. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, 62.400 US-Dollar traden wir momentan. Ja, besser hätte es eigentlich gestern nicht laufen können für uns, weil wir genau das gemacht haben, wo wir gestern Morgen darüber gesprochen haben. Ich hatte gestern, wann war es ungefähr so, ja, mittags, vormittags noch ein bisschen Schiss, weil wir ja diesen Abverkauf hatten runter in Richtung 62.600 US-Dollar. Zum Glück hat sich der Markt dann aber auch nochmal mit den US-Börsen erholt. Wir sind in der Spitze auf 64.400 US-Dollar hochgeklatscht und dann hatten wir auch endlich das Szenario, was ich eigentlich haben wollte und zwar unsere Bearish Divergence. Wir hatten, ja, zwar trotzdem steigendes Volumen, deswegen wäre sogar nochmal die Chance da gewesen, nochmal dieses Volumen abzuholen, aber kann ja noch kommen, würde ich jetzt nicht mal beschreiten, dass wir nicht mehr hochgehen. Aber eigentlich perfekt und dann ging eben der Abverkauf los. Ich habe die Position zu 75%, wurde die hier unten bei 62.100, 62.200 US-Dollar geschlossen. Ich warte jetzt erstmal ab, wie das Ganze sich jetzt entwickelt. Das heißt, größter Teil ist jetzt erstmal zu. Was ist jetzt wichtig? Wir ziehen uns jetzt mal hier das FIP-Level von unserem Tief zu unserem letzten Hoch bei 64.400 US-Dollar. Da sehen wir, okay, das 0,5er Fibonacci Retracement Level hat jetzt erstmal gehalten und ein bisschen Support gegeben. Ist mir auch schon aufgefallen. Deswegen habe ich gestern nochmal meine Position kurzzeitig verdoppelt, habe das aber nicht mehr mitgeteilt, weil mir das kurz vor dem Pennen ein bisschen zu riskant war, dass das 0,5er gut und gerne angelaufen wird. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Gestern, wo war es, wo war es, wenn wir hier unser FIP-Level von unserem Top zu unserem kurzen Zwischentief sehen, da sind wir sogar schon kurz vor dem 0,5er wieder rumgedreht. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen momentan. Auf jeden Fall, warte, jetzt muss ich doch wieder das FIP-Level ziehen, bevor ich es vergesse. Vom Tief zum Hoch sind wir am 0,5er jetzt erstmal hängen geblieben. Gute Möglichkeit dazu, ich mache das jetzt auch mal ganz kurz darüber weg, ihr wisst ja, dass ich es so gezeigt habe, dass wir uns nochmal ein kurzes, doppelten Boden hier holen mit eben einer möglichen Bullish Divergence, auch wenn der RSI im 1-Stunden-Timefilm sogar noch ein bisschen Luft hat, nach unten hin zu korrigieren. Sag ich mal so bis 61.600, 61.400 wäre sogar mein Maximum erstes Mal, bevor ich dann mit einer kurzen Gegenkorrektur nach oben hin rechne. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich eher darauf spekuliere, ich mache das mal ein bisschen weg, das verwirrt mich nämlich gerade ein bisschen alles, sind mir zu viele FIP-Level hier gerade. Grundsätzlich gehe ich aber weiterhin davon aus, dass unsere Marke hier unten die 58.000 US-Dollar sein werden, die ich dann sehr wahrscheinlich auch für eine Long-Position dann nutzen werde und die auch meiner Meinung nach am meisten Sinn macht, hier runter zu korrigieren. Hier liegt ein bisschen mehr Liquidität, wir würden diesen gesamten, ja, ugly Move, den wir jetzt hier nach oben hin gemacht haben, wieder recoveren. Wir sind jetzt hier oben am Golden Pocket hängen geblieben, das heißt, wir haben tieferes hochgebildet. Marktstruktur gibt es jetzt nicht wirklich her, dass wir jetzt komplett Richtung 70k oder höher gehen. Macht meiner Meinung nach wenig Sinn, deswegen kurze Dampf vielleicht nochmal Richtung 61.700. Es wird ja auch damit vermutet, dass Israel jetzt Iran angreift. Würde ganz gut passen zum Chart. Dann nochmal ein kurzer Holungsrallye und dann möglicherweise runter in Richtung 58.000 US-Dollar. Das ist jetzt erstmal so grob der Plan, den ich mir so vorstelle, wie wir dann mit der Short verfahren. Müssen wir mal schauen, weil ich eventuell hier eine kurze Zwischen-Hedge-Long, also ich will hier einen kurzen Long reinmachen und dann oben vielleicht nochmal die Short-Position verdoppeln und dann mit runternehmen. Aber da, wie gesagt, halte ich euch dann Telegram-Gruppe oder dann in den Videos auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, gehen wir mal rüber zu Ethereum. Wie sieht es da aus, haben wir leider nicht ins Golden Pocket geschafft. Hat mich ein bisschen gestört, obwohl ich gestern, mein Plan war ja, ich habe euch gestern gesagt, wenn wir nochmal Richtung 64.400 oder 64.500 US-Dollar gehen, hatte ich ein bisschen die Hoffnung, dass Ethereum hier mithalten kann und zumindest ins Golden Pocket hochgeht. Sind aber auch hier nur ins 0,5er gekommen. Ja, gut, Position wurde nicht abgeholt. Ist halt jetzt so, wäre eigentlich ein schöner Short gewesen, vor allem, weil hier oben noch sehr, sehr viel Liquidität liegt. Hier warte ich jetzt erstmal ab, ganz ehrlich, wie sich der Markt entwickelt. Entweder gehen wir jetzt auch nochmal runter in Richtung 2.300 oder 2.250. Das wäre eher so meine Long-Möglichkeit. Dazwischen sehe ich momentan keine Chance, hier irgendwie eine gescheite Long-Position aufzubauen und dann wird sich zeigen, entweder hier dann ins Golden Pocket rein, was wir da noch einzeichnen müssen und dann möglicherweise abverkaufen Richtung 2.000 US-Dollar. Also da abwarten, da werde ich jetzt erstmal nichts machen. Gehen wir rüber zu Gold. Gold macht eigentlich gar nichts, also wir hatten ja gestern, glaube ich, früh schon ein bisschen Diskussion, ob wir hier schon weiter nach unten fallen werden. Ich bleibe weiterhin bei meinem Plan. Also frühester Short-Entry für mich sind die 2.687 und spätester 2.722 US-Dollar. Wir sind hier einfach momentan in so einer kleinen Range. Da tut sich einfach viel, viel zu wenig. Also man kann es ganz gut erkennen, je nachdem. Ich habe jetzt hier nur das Hoch eingezeichnet, aber wenn wir das so ein bisschen weiter runter schieben, könnt ihr selber sehen. ist momentan ein bisschen Seitwärtsphase, was ich momentan hier bei Gold einstelle. Das heißt, wir warten hier einfach unspektakulär noch etwas ab. Ja, DAX-mäßig hat sich auch gestern eigentlich wenig getan. Auch hier bleibe ich weiterhin bei dem Plan. Ich möchte hier nochmal runter, zumindest ein bisschen runtergegangen sind wir, aber wir sind nicht auf mein Ziel gegangen in Richtung 18.900 Punkte. Warten wir mal noch ab, was da noch kommt. Und sollte die ganze Iran-Geschichte und Israel-Geschichte vorher schon ausarten, können wir uns das eher abschminken, weil dann fallen wir da einfach bodenlos wahrscheinlich durch. Also auch hier gilt momentan eher ein bisschen abwarten. Und dann last but not least Euro gegenüber US-Dollar noch. Irgendwie kommt mir da, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt, glaube ich. Aber egal. Ja, Trade erholt sich momentan so ein bisschen. Aber wie gesagt, da habe ich gestern schon dazu gesagt, dass ich hier einfach abwarten würde. Je nachdem, wenn wir jetzt hier hochkommen, ob wir unsere Position einfach 0 bei 0 schließen. Oder wir kriegen einen kompletten Push nach oben. Aber da warte ich, wie gesagt, momentan noch etwas ab, ob da jetzt noch irgendwas kommt oder eben nicht. Also ihr seht, die Märkte eigentlich relativ ruhig bis auf Bitcoin eigentlich keine Bewegung, die wir momentan ein bisschen ausnutzen könnten. Das heißt, wir warten jetzt erstmal noch ein bisschen ab über den Laufe des Tages. Es sind Trades, ihr merkt ja, sind ja geplant. Ich bin da auch ein bisschen Hype drauf, dass die ganzen Dinger mal abgeholt werden. Aber solange nichts geht, geht halt nichts. Und solange nehme ich mich jetzt gerade mal ein bisschen mit BTC raus und warten wir jetzt erstmal ab. Später kommt noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Welches werde ich euch noch nicht verraten. Seht ihr dann später auf dem Kanal. Ansonsten war es das von meiner Stelle heute. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten BingX abchecken und wir hören später wieder zu einem Altcoin-Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.